Ich habe keine Ahnung. Ähm. So, und jetzt? Mist! Los, jetzt! Sprich da drauf! Mist! Wie macht man das? Hm, das ist scheiße. Ich will es schaffen! Ich will der Allerbeste sein. Geht das jetzt? Okay, ich habe keinen Plan. Ah, okay. Schön, jetzt habe ich Dudley Dursley, aber... Ich will eigentlich das letzte Häschen viel lieber. Es ist da oben, aber ich komme nicht dran. Wie schaffe ich das? Da komme ich auch nicht hin. Ah, doch. Mrs. Mason. Das ist echt sehr kribios hier oben. Also. Dann probiere ich mal weiter. Ich weiß, das ist wahrscheinlich total langweilig, wenn ich hier rumprobiere stundenlang. Ich kann auch gar kein Sinn erkennen. Das ist so übereinander zu stapeln. Los, spring da! Okay. Ich habe das Häschen. Häschen kommen jetzt hier runter. Schön. Und jetzt? Oh, ein goldener Stein. Cool. Okay. Schön. Ich habe es noch geschafft. Bin nicht mit zu. Ach, ich bin zu gut. Gut. Dann spielen wir endlich auch mal weiter. Okay. So. Die drei Punkte. Die zwei Dinge machen wir eben weg. Doch, doch. Ganz recht. Und das da. Los. Das Bild immer wieder schön aufhängen. Geht doch nicht so. Unfug hier machen. So dummle Dohre hoch. Nein, nein. Hör auf damit. Geh da noch nicht rein. Können wir zu Dumbledore? Müssen wir zu Dumbledore? Oh, wir müssen da hin. Mist. Ich wollte doch da noch die Leiter hoch. Ich dachte, wir müssen die Leiter und das wäre ein extra... Naja, egal. Das wird jetzt gruselig. Oh Gott. Er ist jetzt... Oh Gott. Wie krank. Edward! Hallo, Edward. Na du? So, der schwarze Lord klärt zurück. Das ist, glaube ich, jetzt bestimmt gruselig. So, erst mal Punkte hier alle wieder einzackeln. Einzackeln. Ja, ja. Ich möchte keine Blumen als Haare. Ich weiß. Aber naja, es steht hier doch. Ich weiß gar nicht, was du hast. So. Oh, hier so... Das ist bestimmt irgendein blauer Punkt. Oder auch nicht. So. Aber wenn ich reingehe, dann werde ich die bestimmt tot oder so. Das will ich lieber nicht ausprobieren. Ich will ja nicht sterben. So. Da ist noch... Er ist auch... Oh Gott, ey. Wir krausten ein bisschen vor dem Level. Das ist auch tatsächlich dann das letzte Level, oder? Manometer. Unglaublich. So. Woher habe ich hier hin? Ja. Ja, schön. Dann werde ich da drüben bestimmt auch dran kommen. Los. Und... Bringt es in den blauen Punkt. Ey. Hallo. Kannst du das vielleicht besser? Ja. Ist hier dann auch... ...zum blauen Punkt? Nein. Okay, dann halt nicht. Baut es mal schön zusammen. Mach mich stolz. Ach, jetzt ist mein Dritter Wittes. Oh, lauter Punkte, die jetzt überall rumliegen. Okay, jetzt durch muss ich... Okay, also das heißt... Hier und hier kann ich rein, oder wie? Okay. Ich habe Angst, dass jetzt dann gleich der Victor Krumm kommt und mit seinen komischen weißen Dämonen-Augen... Was für heute abkommt. Los, mach lieber das Ding kaputt hier. Lass doch Harry in Ruhe. Und... Nochmal. Und... Ja. Ja, schön. Okay. Okay. Habe ich jetzt irgendetwas? Bei dem anderen bin ich ja wieder dann auf der anderen Seite einfach rausgekommen. Und das heißt... Keine Ahnung. Was wäre jetzt passiert, wenn ich in das andere rein wäre? Wäre ich dann gestorben? Wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber... Ich glaube, ich kriege es lieber eigentlich aus. Der Ritter wird schon mehr Recht haben. So. Oh, da ist ein blauer Punkt in der Ecke. Vielleicht hier auch. Ja. Schön. Dieses Mal war tatsächlich ein blauer Punkt. So. Jetzt warten wir auf die Punkte. Na schön. Geht doch. Die Punkte haben ja ganz schön viele zusammen. Für den Wachzauberer. Es geht recht schnell mit doppelter Punktzahl. Aber es meint ihr, wie schnell es jetzt dann geht, wenn ich dann 6-fache Punktzahl habe. Super schnell geht das dann. Super schnell. So. Schön zusammenbauen. Und jetzt einfach recht zu flächeln. Ja, die ganzen Punkte kurz einsammeln. Na gut. Na dann, schau. Mach mal. Da. Und da. Und da. Was ist, wenn ich jetzt hier reingehe? Also muss ich hier rein. Okay. 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 Und... Äh. Hallo? Das ist ein bisschen... So, okay.